...von Achtfammerkampf Junior, 50,966 Sekunden. Begleiten Sie unseren Lokalmann-Tor ins Ziel, liebe Gäste, Daniel Schneider. An Sicht Nr. 2 Sekunden lassen Sie die Zeit für Daniel Schneider und den Tiersprängern vorlesen. Lassen Sie noch her, seine Marathonfahrt beendet. Ein Gesamtergebnis von 102,08 nach oben. Fünster Platz gegen der laufenden Geländekompulierung der laufenden Rohrlust. Ja, damit Sie noch seinen ersten Platz...